Desert Sweep Welche war das? Desert Sweep machen wir auch noch nicht oder? Er ist ne Mod Karte auch Ja mach mal Sieht witzig aus War das die Co-op auch nicht? Hm Was nimmt man denn hier mal? Ich glaub ich nehm der EBR War War W Ich habe einen ARCOG eingepackt, das ist immer eine schlechte Idee bei mir. Flackern bei dir die Berge auch? Oh ja. Ich war gekonnt. Was'n Wurf? Ich war wohl alleine. Okay, das sieht besser aus. Oh, hier ist ein Haus, wo man vielleicht rein kann. Hier ist er. Keine Preppe? Ja, Kopf einziehen. Ui, ich bin bisschen kleiner als du. Und du bist noch tiefer gelegt. Kann auch sein. Ich sehe jetzt schon nichts. Sieht aus, als hätten wir den LKW gefahren. Ja. Nichts auf dem Hügel zu sehen. Oh, der ist echt geklaut aus wie aus AMA. Der Hunter da hinten. Wollen wir da mal hin? Aber der Turm nicht. Ah, okay. Ja, das stimmt. Ja, können wir. Ist das ein Slut oder was da hinten in der Basis steht? Ich habe das Gefühl, ich haue mir voll die Birne, wenn ich da vorlaufe. Das ist für Zwerge gebaut. Ja, bei mir auch. Aber der Nebel nervt ein bisschen. Der nicht vom Terrain ist, nur vor den Objekten. Ja, die so grau aussehen lässt, ne. Okay, hier ist ein Fluss. Ein sehr grelles Blau. Einfarbig. Ja, doch nicht AMA vielleicht. Aber guck dir das hier mal an. Was das für eine Arbeit ist. Diese Spaltmaße. Da kriege ich ja fast meine Finger durch. Vor allem ist kein Motor drin, wenn man reinguckt. Hm. Oben? Das ist aber, glaube ich, neben dem Tal. Aber was kommt da vielleicht wieder? Ich gehe mal hier in die Basis. Okay, ich gucke das vorne aus. Was zur Hölle tun die? Warum läuft der? Und ich hoffe mal ganz stark, der hat ja zum Glück seinen Auspuff nicht da hinten. Uh. Der ist offen. Bip. 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 das brauche ich noch ich bin hinter dir habe ich dir vier gelassen wir haben noch zwei gegner also der eine hier vorne ach du hast schon welche erschossen also sieht auf jeden fall so aus als wäre dein scope die richtige wahl rechts so den haste ich habe dann deinen ersten schuss den einschlag gesehen das ist schließlich nicht armer stell dich nicht so an hätten wir uns schon dreimal alles gebrochen also wenn die grafik nicht so komisch auf der karte wäre die karte an sich ist gut die remmen Was? ja ich glaube ich werde nur noch zusätzlich ich konnte mir da zwei punkte habe ich noch noch so ein engel zeit an die seite dran basteln damit ich noch was habe wo ich zweifelsfall nicht dass arcoq nutzen muss ich mache meinen scheldämpfer ab ich glaube der ist übertrieben auf der karte okay jetzt mal sind wir in der basis der grün ist nee und durch den durch den balken da kannst du durchlaufen durch den eine gerade um den herum gelaufen bis ich von der schranke ja der grüne striker ist offen da kannst du hinten rein der grüne neben dem slatt ja man muss sich doch fahrersitz kommt ja nicht viel interessanter werden den hier den hier zu benutzen das spiel halt fachsinn die armer ja schon lustig Okay, wo wir schon hier sind. Es ist ein Teil. wieder da drüben ohne textur ersatz spritzen wo bist du? hinten bei der ungeschützten mauer ah da oh warte mal hast du die in deiner beste gezündet? ok ich habe sie in den brunnen geworfen ja man sieht da nicht sehr viel drin weißt du wo man auch nichts sieht? noch eine umgestützte mauer noch ein hof ach hier ist eine wand ein unsichtbarer hier kommt man rein ziegen lebend hm schon noch? zu sagen oder? geflaschte ziegen habe nichts damit ich sie füttern kann hey ha sehr gut das sind kugelsichere ziele kontakt vier mann auf dem weg die oben zum dorf hoch gehen wenn man nicht den berg hoch skyrimt wie wir das gemacht hatten die habe ich ausgeschaltet ok ok das war es da jetzt ist immer wo wir sind hm vielleicht kommt ja noch wer der lkw sieht ein bisschen klein geraten aus der ist etwas ich glaube der ist falsch skaliert vom hantar mit dem rauch mit dem rauch ok ich sehe von hier nichts ich bin auch fast nicht gesehen ich gehe noch rüber zu dem anderen haus ich habe meine pistole irgendwo fallen lassen ich habe meine pistole irgendwo fallen lassen hier gibt es noch eine sehr breite brüche wo man rüber kommt mit dem rauch bei dem rauch mit dem her ich sehe ja hier hatte ich am anfang die vier irgendwo ausgeschaltet die vögel rotiere ein bisschen auf dem pfad zumal wir wissen wie gut man hier auf den bergen eigentlich obendrauf laufen kann ja kommt man da oben auf das dach wahrscheinlich durch den fronteingang weil jeder sieht ja ich bin zu klein für die erste stufe ja wollen wir das große ding da mal rein ja ich vermisse echt mal ein paar gegner jetzt noch mein tablet ist weg runter gefallen und im boden hängen geblieben ich guck gerade mal im erdgeschoss hier scheint es nicht gelandet zu sein plackern bisschen die steine welcher seite kommt man denn wohl hier rein da wo der eingang ist hier nicht so jetzt hätte ich gerne meine pistole noch hast du deine auch weggeschmissen nö ich hab meine ich kann dir noch magazine dafür anbieten aber ich glaube an die komme ich nicht dran ohne dass du mir die gibst ok ok dann gehen wir mal hoch ja ich glaube nicht dass da ist ja nass rum hm ich hab einen verbarrikadierten raum gefunden da versteckt sich bestimmt was drin das kommt man auch nicht geh mal wieder runter so was auch immer die da verbarrikadiert haben ist jetzt zerstört halt wir sind hier vorne müssen wir ja ich glaube die karte hat auch wieder nicht viele sporn wenn wir da oben mal hoch links was heißt hinten ach viewblocker hier wird es besser hier wird es besser aber ich glaube hier kommt man nicht so hoch ja wird jetzt auf mein tablet gucken aber so wie ich hochgefunden hast du dein tablet hast du dein tablet noch waren wir jetzt überall auf der karte tja hast du noch eine granate gibt es noch ein cache das ist nur eine rauchgranate die hilft nicht ja ich sehe nichts ist getroffen ja naja die karte ist irgendwie nett aber nicht funktional ja